Nachdem was im Valentinstag Special Part passiert ist, will Mallory unbedingt das Haus verlassen. Und damit herzlich willkommen zu Part 20 unserer Black Widow Challenge. Wie ihr alle mitbekommen habt, ist Mallory im Valentinstag Special Part von einem Unbekannten quasi, ich sage mal, betäubt worden und ist dann im Krankenhaus aufgewacht und kann sich jetzt gar nicht mehr wirklich daran erinnern, was genau passiert ist. Also Leute, viel Spaß und schreibt mir mal, wie ihr euren Valentinstag verbracht habt. Also Leute, heute ist echt der Wurm drin. Jetzt habe ich gerade zwei Aufnahmen gemacht. Die erste habe ich gemacht, als Mallory noch im Krankenhaus war. Da habe ich euch erzählt, dass Mario nicht kommen konnte, weil er verhindert war, um sie abzuholen. Das heißt, sie ist total wütend nach Hause. Dann habe ich Mario noch kurz ein Umstyling gegeben, weil die CC-Haare, die er drauf hatte, habe ich rausgelöscht und habe ihm jetzt andere Haare gegeben. Und jetzt gucke ich gerade und jetzt hat es nicht aufgenommen. So, der Punkt ist, dann habe ich auf Aufnahme geklickt und habe das alles nochmal erzählt. Und jetzt fällt mir auf, dass mein Mikro gemutet war. Egal, jetzt glaube ich, müsste alles passen. Also ihr habt jetzt verstanden, was gerade noch so ist passiert. Das ist gut. Die kleine Maus ist hier am Puppenhaus und hat es zertrümmert, weil sie total Hunger hat. Mario hat eigentlich der Butlerin gerade angeschafft, dass sie Essen kochen soll. Hat sie das zufällig schon gemacht? Ja, super. Das ist doch toll. Dann werden wir die kleinen Mäuse doch jetzt mal hier runterschicken, damit die sich ein Gericht nehmen können. Wie sieht es denn bei ihm aus? Er hat keinen Hunger. Und Mallory ist ins Bett gegangen. Ja, Mallory schläft. Und sie muss aber auf die Toilette. Oh, Moment, Moment, warum? Oh, hier steht übergeben. Dann ist also wieder genau das eingetreten, was ich eigentlich vermeiden wollte. Ich wette mit euch, sie ist jetzt von dem Techtelmächtel mit dem Meerjungfraumann schwanger. Aber jetzt machen wir mal ganz kurz den Test und schauen mal, was uns der sagt. Was denkt ihr, schwanger oder nicht schwanger? Eine Ewigkeit später. Aber es ist ja eigentlich offensichtlich. Also, da brauchen wir gar nicht reden. Und sie ist schwanger für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch, Mallory erwartet ein Kind. Juhu, also noch ein Kind. Und Mallory ist natürlich jetzt nicht begeistert davon, dass sie schon wieder schwanger ist. Denn sie versteht ja immer noch nicht so ganz den Zusammenhang. Also, sie hatte ja den Typen getroffen am Strand, der ihr das Getränk gegeben hat. Und den sie ja überhaupt nicht attraktiv fand. Und nachdem sie es getrunken hat, kam plötzlich ein Meerjungfraumann angeschwommen. Und hat sie quasi verzaubert. Und dadurch ist es ja auch zum Technikl-Mächeln mit ihm gekommen. Und am Ende ist sie ja im Krankenhaus aufgewacht. Und sie kann sich das halt irgendwie gar nicht erklären. Oder sie denkt halt, ob sie jetzt vielleicht sich das alles nur eingebildet hat. Aber jetzt, da sie ja weiß, dass sie schwanger ist, kann sie es sich ja nicht eingebildet haben. Ich habe zwar schon den Plan, wie ich ihn jetzt in die Geschichte mit einbauen kann. Aber wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, ob wir das dann mit in die Story einbauen können. Das wäre richtig witzig. Auf jeden Fall. Haben sich die Mädels jetzt was zu essen genommen? Ja, super. Dann geh du mal aufs Klo. Und wo bist du denn, mein Schatzi? Du musst auch noch hierher kommen. Ich teleportiere sie jetzt mal kurz hierher, damit sie hier nicht verhungert. Mario pennt, genau. Und Mallory, nagende Verbitterung. Wahrscheinlich wieder gegenüber Mario, oder? Ja, vermutlich, weil sie immer noch total sauer ist, dass er sie nicht abgeholt hat. Oh, da ist Lilly. Lilly, haben wir sie nicht freigelassen? Wir haben doch Lilly freigelassen. Oder haben wir es nicht gemacht? Und ich habe gesagt, dass wir sie noch aus irgendeinem Grund brauchen. Oh Gott, ich habe es vergessen. Also heute ist aber auch wieder der Wurm drin. Egal, wir lassen sie jetzt mal hier rumgeistern. Sie möchte sich im Busch übergeben gehen. Tu dir keinen Zwang an, was raus muss, muss raus. Oh, die kleine Kibbe ist hier einfach eingepennt. Ja, auf jeden Fall ist es ja so, dass Mallory aktuell keinen neuen Mann hat, den sie um den Finger wickeln muss. Und wir haben ja auch immer noch hier das Bestreben der gemeinen Herzensbrecherin. Und ich weiß nicht, das ist ganz schön schwer zu erreichen. Aber wir müssen uns eigentlich auf die Suche nach einem neuen Partner machen. Ihn haben wir ja kennengelernt. Was, junge Erwachsene? Das stimmt, genau. Ihn haben wir kennengelernt und haben auch, glaube ich, versucht mit ihm zu flirten. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es geklappt hat. Vielleicht werden wir uns dann aber auch einfach am nächsten Tag mal auf die Suche begeben und gucken, ob wir irgendjemanden netten kennenlernen. Ich kann mich auch nur noch mal wiederholen, wenn ihr irgendeinen potenziellen Partner habt, den ihr gerne in dem Let's Play sehen möchtet, dann ladet ihn einfach hoch unter dem Hashtag Lunetra oder Lunetra Black Widow. Eigentlich total wurscht. Ich sehe es ja dann sowieso. Und dann werden wir diesen als neuen potenziellen Partner nehmen. Also ich kümmere mich dann mal kurz um sie und dann sehen wir uns gleich wieder. Was mir auch noch eingefallen ist, prinzipiell zählt Viktor ja eigentlich gar nicht als Partner von ihr, denn wir haben ihn ja nicht geheiratet. Er ist ja einfach nur bei uns eingezogen, aber eben ohne, dass wir ihn geheiratet haben. Also fällt er eigentlich raus. Das heißt, wir haben bis jetzt ja eigentlich nur Mario als Ehemann gehabt. Auf jeden Fall waren wir safe, nicht mit Viktor verheiratet. Das heißt, er zählt auch nicht. Sie hat jetzt ausgeschlafen und ist immer noch stinksauer. Wenn du jetzt gehst, stellst du dich jetzt in die Ecke und schämst dich oder was? Geh bitte aufs Klo. Während sie gepennt hat, habe ich mir noch einen anderen Plan ausgedacht. Und zwar ist sie 100 pro davon überzeugt, dass sie sich das nicht eingebildet hat mit dem Mann, der jetzt am Strand war, also mit dem Meerjungmann, beziehungsweise Valentin heißt er ja eigentlich. Und deswegen nimmt sie sich jetzt eine Auszeit. Sie möchte auch nicht, dass irgendjemand mitbekommt, dass sie schwanger ist. Erst recht nicht Mario. Und deswegen wird sie jetzt das Haus verlassen und zurück zu ihrer Ursprungswohnung gehen, um dort das Baby quasi zur Welt zu bringen, ohne dass es jemand mitbekommt. Und das werden wir jetzt angehen. Also einmal reisen, Haushalt verlassen und umziehen. Nur sie und sie wird natürlich den höchstmöglichen Betrag mitnehmen, denn es geht ihr ja eigentlich auch nur ums Geld. Aber so ganz herzlos ist sie dann auch nicht. Sie wird jetzt einfach mal 400.000 Euro Simoleons bei Mario lassen, damit er sich um die Kiddies kümmern kann. So, und unser allererstes Zuhause war doch in Evergreen Harbour. Harbour, Harbour. Und zwar hier. Es ist auch immer noch nicht bewohnt, weil sich Mallory das ja als Backup aufgehoben hat. Aber warum ist es denn jetzt nicht möbliert? Das war doch möbliert, als wir, oder haben wir es verkauft, als wir ausgezogen sind? Ach Mist, egal. Dann gehen wir jetzt unmöbliert rein und dann richte ich halt kurz ein. Also so sieht jetzt das leere Grundstück aus, als wir damals hier mit ihr angefangen haben. sah es um einige Male besser aus. Also ich richte kurz ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Joa Leute, da bin ich wieder zurück. Und ich habe jetzt hier diese Bude total sporadisch eingerichtet. Immerhin soll ja eigentlich auch keiner so erkennen, dass sie da mit dem ganzen Geld jetzt wohnt. Deswegen sieht es auch wirklich richtig schlimm hier drinnen aus. Aber gut, das wird sich ja auch irgendwann wieder ändern. Sie muss jetzt ganz dringend auf die Toilette. Wenn euch ein Hobby einfällt, was super zu Mallory passen würde, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Sie liest jetzt hier gerade, weil sie Spaß braucht. Was haben wir denn jetzt hier noch? Genau, die Morgenübelkeit. In welchem Trimester ist sie denn? Okay, sie ist noch im ersten Trimester. Dann werden wir mit ihr jetzt noch kurz was essen. Ist doch mal eine Achaibowl. Und dann gehen wir mal auf Männersuche. Ich habe auch Hunger. Das heißt ja aber im Umkehrschluss auch, vielleicht bekommen wir ja ein Meerjungfraubaby. Das wäre auch irgendwie cool. Dann zieh dir doch mal dein Sommeroutfit an und lass uns mal ein bisschen reisen. Vielleicht können wir noch mal nach Sanmai Shuno gehen. Oder wir schnappen uns diesen Louis. Wie heißt er denn? Hier, den da. Oh mein Gott, was die für eine Riesenfamilie haben. Aber der ist gerade aktuell nicht daheim. Den könnten wir denn noch nehmen. Hier wohnt nur eine Frau. Hier ist das Krankenhaus. Kailson. Und der wohnt anscheinend alleine. Hm. Kylie Kailson. Ist der schon immer da drin? Dann reisen wir mal zu Kylie Kailson. Jetzt müssen wir uns ja eigentlich wieder unser Putzoutfit anziehen und wieder so tun, als wären wir die Putzfrau. Äh, habe ich ihr das weggenommen? Oder nicht? Nichts. Gucken wir mal schnell ein Outfit. Outfit ändern. Oh ja, das habe ich ihr tatsächlich weggenommen. Na gut, macht nichts. Dann klopfen wir einfach so an seine Türe. Komm rein. Und er sitzt hier und spielt Schach. Dann werden wir uns mal lustig bei ihm vorstellen. Eigentlich sieht er so jetzt von dem ersten Blick gar nicht schlecht aus, wenn er dann doch ein Umstyligen bekommt. Na toll, und sie haben gleich ein Minus. Nein, das möchte ich nicht. Tratsch. Ähm, tratsch doch einfach. Mach ihm ein Kompliment. Lüg über deine Karriere. Die verstehen sich nicht. Das nervt mich. Komm, wir flirten ihn gleich an. Was bist du für einer Flirtin mit uns? Komm. Möge uns. Möge uns? Nicht mal flirten mag er. Okay, also ich glaube, schnelle Wiedergutmachung. Was passiert dann? Ist das täglich mächtig? Aber auch auf das hat er keinen Bock. Okay, also ich sehe schon. Ich glaube, er ist eine ziemlich harte Nuss. Aber das schreckt uns nicht ab. Was macht er denn jetzt? Jetzt steht er vor dem Spiegel, oder? Ja. Genau. Wie gesagt, das schreckt uns nicht ab. Wir werden uns diesen Typen krallen. Und zwar im nächsten Part. Und damit beende ich den Part auch an der Stelle. Das ist übrigens die kleine Kira. Sag mal Hallo Maus. Habt ihr das gehört? Süß, oder? Auf jeden Fall beende ich den Part an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, ob wir im nächsten Part den lieben Kyle irgendwie knacken können. Also macht's gut und habt einen schönen Abend. Bye.